Das Kuscheln, das gibt mir mega viel und die Einsamkeit, die schwindet dahin. Gerade jetzt, die letzten besonderen zwei letzten Jahre, da ist in mir so ein Bedürfnis hochgekommen, was ich vorher nicht so gespürt habe. Sicherlich wäre es für mich einfacher, wenn ich, was weiß ich, bei Tinder oder irgendwo jemanden zum Kuscheln suche. Aber bei den meisten Menschen ist es ja so, dass da erwartungen dranhängen oder gefühle, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach jemanden haben für kurze Zeit, wo ich mich mal anlehnen kann. Sarılmak, genellikle ailemiz veya arkadaşlarımızla yaptığımız bir şey. Ancak pandemiden beri giderek daha fazla insan yalnızlık ve tecrit duygusundan şikayet eder oldu. Bu duygudan kurtulmak için de kapanma tedbirleri bittiğinden beri profesyonel sarılma terapilerine başvuruyorlar. Also durch die Pandemie war es auf jeden Fall so, dass total viele neue Anfragen kamen von Menschen, die sich jetzt plötzlich bewusst werden, wie sehr sie eigentlich Berührung brauchen und wie viel Berührungsmangel sie eigentlich haben. Neue Anfragen, die zeigen ja immer an, oh, es ist jetzt gerade noch mehr Bedürfnis. Und das ist jetzt nach Corona wirklich, hat sich stabilisiert auf ein, zwei, drei Nachfragen pro Tag anstatt pro Woche. Ich bin schon seit sehr langer Zeit Single, also seit zehn Jahren ungefähr und habe das immer gut. Ich weiß nicht, ob es kompensiert ist, aber ich war immer sehr aktiv körperlich mit dem Tanzen, mit dem Sport, mit Freunden. Und dann kam die Pandemie und da ist so vieles im Außen weggebrochen. Das kuscheln hat geholfen gegen das einsamkeitsgefühl, weil ich mich noch mehr mit mir selber, mit meinen Werten, mit meinen Bedürfnissen auseinandergesetzt habe. Araştırmalar, Dünya genelinde birçok insanın özellikle gelişmiş ülkelerde ve büyük şehirlerde pandeminin başından beri kendini daha da yanlış hissettiğine işaret ediyor. Avrupa Komisyonu'nun araştırmasına göre pandemiden bu yana AB vatandaşları arasında sosyal izolasyon duygusunun sıklığı iki katına çıktı und das insbesondere bei den Kindern und die Kinder und Kinder. Ein Problem ist, dass die Pandemie uns auf die Schmerzen hat und andere Problem ist, dass die Schmerzen hat uns auf die Schmerzen hat. Die Pandemie hat die Schmerzen hat die Schmerzen hat, die Schmerzen hat. Aber das ist eine Schmerzen ist ein Problem. Es ist eine Schmerzen, es ist eine Schmerzen hat und wir wirklich sehr wichtig sind. Jetzt nach Corona oder nach den ersten Wellen ist es so, dass viele auch durch die Pandemie erst so richtig drauf aufmerksam geworden sind, was ihnen eigentlich fehlt. Das heißt viele Anfragen, die ich mittlerweile bekomme, da steht dann drin, dass sie gerade durch Corona so viel Home Office machen, zu Hause sitzen und keinen Ausgleich haben und sich wie in der Falle fühlen. Also fühlen sich total beengt. Das ist das Kursel Hormon, das ist das Bindungs Hormon, das ist überhaupt das Hormon mit dem Säugetieren, also wir auch funktionieren und wenn wir dieses Hormon nicht haben, dann haben wir viel zu viel Kortisol, viel zu viel Stress Hormon und wir sind so unausgleichbar. Das heißt, eigentlich ist es biologisch festgelegt in unserem Körper, dass wir in einer Gruppe immer wieder Berührung austauschen. Also ohne Berührung sind wir nicht lebensfähig. Wer nicht in seiner Kindheit berührt wird, er wird sich nicht normal entwickeln. Er wird krank werden, wird unter dem Stand aggressiv werden, depressiv werden. Symptome von Berührungsmangel, das kann alles möglich sein. Im Körperlichen merkt man das, dass man eben nicht so motiviert ist, schwächer ist, man hat nicht so viel Energie, um rauszugehen, man ist schlapp. Und über die Zeit, wenn das immer länger geht, dann kann es auch depressiv machen und kann eben auch dazu führen, dass man soziale Phobie entwickelt, dass man richtig Angst bekommt vor Menschen. Elisa Mayer'in 5 Jahre später Avrupa'da kurulmasına öncülük ettiği sarılma terapisi de işte burada devreye giriyor. Nispeten yeni bir alan ve Mayer bu hareketin kurucusundan eğitim almak için Amerika'ya gitti. Also eine Kuschel-Terapi Stunde, das läuft so ähnlich ab, wie man sich das vielleicht mit Massage vorstellt. Also man macht einen Termin mit mir aus, erstmal ein Vorgespräch, wir reden über bestimmte Dinge, warum man überhaupt jetzt kuscheln will, welche Bedürfnisse da sind, ist man gerade einsam zum Beispiel, welche Kuschelposition will man machen. Ja und wenn alles geklärt ist, dann ziehen die Kunden und Kundinnen sich um und dann geht es zur Kuschelcouch oder zum Kuschelbett und wir beginnen erstmal mit einer einfachen Berührung, so wie Hand halten und dann je nach Klient ist es dann ganz unterschiedlich. Ist es sofort ganz enges Kuscheln oder ist es erstmal Rückenkraulen. Und spätestens als sie mit ihrer Hand in mein Gesicht gegangen ist, in meine Haare, das war eine Erfahrung, die habe ich lange nicht mehr so gespürt. Ja, das war einfach richtig, richtig schön. Ja, für mich ist, also Kuschel-Therapie ist quasi auch wie, ich kann auch sagen wie Gesprächstherapie, nur auf körperlicher Ebene. Also ich habe jetzt auch viel mehr mit Menschen kontakt, also es war auch so wie eine 180 Grad wende. Sarılmanın tüm olumlu etkilerine rağmen sarılmayla ilgili hala çok fazla önyargı var ve bu da bu konu hakkında konuşmayı zorlaştırıyor. Fiziksel dokunma ihtiyacı, birçok ülkede özellikle de fiziksel temasın başka yerlerdeki kadar yaygın ve yerleşik olmadığı Orta ve Kuzey Avrupa toplumlarında ahlaksız veya cinsellikle ilgili bir şey olarak algılanıyor ve halen bir tabu. Ich hatte es schon ein paar Leuten erzählt und die dachten dann gleich irgendwie an so Dienstleistungen im Sinne von Prostitution. Was ich ziemlich unfair finde, vor allem wenn man es noch nicht selber ausprobiert hat. Ja, das ist dieses Stigma da oder die Stigmatisierung halt, die da stattfindet irgendwie. Da finde ich, da besteht noch Nachholbedarf, das irgendwie mehr zu kommunizieren so. Also bei einer Kuselstunde ist es so, dass wir nicht in die Bikini-Zone hineinfasten, also das ist die Tabu-Zone. Außerdem sind wir angezogen und wir greifen auch nicht um die Kleidung. Also es nichts mit Nacktheit, nichts mit Erotik und küssen ist verboten. Fiziksel temasın cinsel çağrışımlar yapması, birçok insanın terapiyi kabul etmekte zorlanmasının tek nedeni değil. Es stehen viele missverständnisse bei den Menschen, weil viele denken in einer Kuselstunde, Kuselterapi, dass da geht man hin wenn man keine Freunde hat, keine soziale kontakt oder irgendwelche fobien. Uzmanlar pandeminin bunu kırmaya yardımcı olacağını, yalnızlık ve temas ihtiyacı hakkında dürüst bir tartışmayı mümkün kılacağını umuyor. You know, I think we need public education for young people that destigmatizes loneliness. It says that you know loneliness is very common among young people. There's nothing wrong with you if you're feeling lonely. Also als Kuseltherapeutin aus dieser internen Perspektive kann ich sagen, dass wirklich jeder einsam sein kann. Ich habe da Ärzte, hochkarätige Ärzte, die sich einfach den Arsch abarbeiten, die einfach kurz vorm Burnout stehen. Ich habe Handwerker, ich habe Studenten, ich habe IT-Fachkräfte. Also man muss sich nicht schämen einsam zu sein, das ist wirklich normal heutzutage. Yalnızlıkla mücadele için ne yapabiliriz, şahsi yapılabileceklerle başlayalım. Sometimes your impulse is just to run for the hills, just to retreat, to sleep all day. And it's really important to push yourself to try things, to try sports, to get exercise, to meditate, to eat well, to try to sleep well, to try to get support from friends. Those are things that you can do at the individual level that I think help. Für Leute, die einsam sind und gerade nicht zur Kuscheltherapie kommen können, denen rate ich ganz notfallmäßig sozusagen, sich regelmäßig selbst zu massieren, selbst zu berühren, eben sich selbst das zu geben, was sich gerade gut anfühlt. Man kann auch sagen, ja haustiere sind toll. Da hat man dann auch jemanden, also ein Gegenüber zum Kuscheln, weil da eben auch dieses Oxidazin ausgeschüttet wird. İş sadece yalnızlıktan muzdarip olanlar da bitmiyor. Uzmanlara göre toplum ve topluluk da hayati bir rol oynuyor. I think loneliness is mostly a societal failure. It's not an individual failure. And that we're not taking care of each other. And that too many of us aren't reaching out to people who might be lonely. We're not alert to the signs of loneliness. And we need public education about loneliness. Wir wünschen, dass auch in den Kindergärten und in den Schulen und in den Pflegeheimen, dass Berührung viel mehr wieder an Platz gewinnt. When we go to see the doctor, the doctor should ask about loneliness, because it is so important for our health and for our mental health. I'm hopeful that we can really do a lot around this problem, if we're intentional about it, thoughtful about it and proactive about it. And we hope to see that directly in the future. If we laugh, we have enough emotional pain that we'll be able to die. We'll see you as a part of this. We'll see you in a minute later. Bye-bye.